Moin, Moin Alex. Moin, Moin Thomas. Hallo. Bist du schon im Rade unterwegs gewesen? Heute? Nee, heute nicht. Urlaub. Wieso, sind die Radwege überflutet oder was? Teilweise ja. Gerade Hochwasser in Oldenburg, Ausnahmezustand. Und Warnmeldungen der Stadt Oldenburg, man soll keine Deiche betreten. Ach so, ja stimmt. Teilweise laufen die Radwege auf gleichem Niveau. Aber das war jetzt nicht der Auslöser von unserem Podcast. Ich weiß, dass du intensiver Radfahrer bist. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass das irgendwie so eine Art Transportrad war oder sowas ähnliches. Da hast du nämlich noch das kleine Bike drauf gehabt, als ich mal besucht habe. Also es war irgendwie so eine Konstruktion. Also erinnere mich, falls meine Erinnerung da, nee, verbessere mich, wenn meine Erinnerung nicht trügt. Genau. Ich hatte mein Transportrad und um dich vom Bahnhof damals abzuholen, hatte ich mein kleines Faltrad vorne reingepackt, mit dem du dann zu uns fahren durst. Ja. Gibt es auch noch ein Bild von dieser Konstellation, also nicht von diesem Tag, aber wie mein kleines Faltrad vorne in der Kiste sitzt. Ja, das kommt in den Block, ist ja klar. Nee, aber das Thema fand ich klasse, weil ich sehe immer mehr, also auch hierzulande, also wenn du in Amsterdam bist oder in Kopenhagen, dann sieht man viel, viel mehr solcher Backfeeds oder Babus oder wie heißen die noch? Die haben alle so schöne Namen, ne? Ja, Backfeeds und Babu ist eigentlich ein Hersteller. Backfeeds hat sich aber so wie der Name Tempo für Taschentücher durchgesetzt bei den Lastenrädern, deswegen sagen die viel Kistenfahrrad oder so, ne? Ja. Backfeeds ist aber auch ein Hersteller. Aber eigentlich sehe ich da nur Kinder drin, ne? Ja, genau. Ja, das ist ideal, du hast vorne diese Riesenkiste und da passen drei, vier kleine Kinder rein, ne? Ja, dann ab zum Kindergarten, ne? Fertig aus, ne? Aber das Ding ist noch nicht so alt. Erklär mal so ein bisschen, wo das herkommt oder was es da für Sorten gibt und wie sich das… Lastenfahrgäder? Lastenfahrgäder gibt es ja schon, oh, 100 Jahre bestimmt, seitdem es Fahrgäder gibt. Echt? Und wurden die dann auch irgendwann als Lastenfahrgäder benutzt. Okay. Also du, es gibt ja noch alte Lastenfahrgäder aus Kriegszeiten oder so, wo vorne, oder ein Bäckerfahrrad zum Beispiel, ne? Das war so das typische Lastenfahrrad, was es schon irgendwie tierisch lange gibt. Also so eine Ablagefläche, ne? So ein Rohrgeflecht oder sowas ähnliches, ne? Oder wie… Genau, vorne hast du so ein relativ stabiles Fahrrad, vorne so ein Korb und dafür hast du ein kleineres Vorderrad gehabt, damit du einen großen Korb montieren konntest. Und hinten stabilen Gepäckträger, wo nochmal eine Kiste oder dicke Taschen dran waren oder so. Ja, finde ich cool. Aber ich habe zum Beispiel… Und dann gab es… Ich habe nicht so ein Ding, weil ich habe in Erinnerung, dass irgendwie, dass das nicht so alt ist, aber da wirst du sicher recht haben, ich habe einfach so einen Anhänger an meinem Fahrrad, so mit so einem Klick-Dings und dann hängt dann hinten so ein kleiner Anhänger dran. Also das habe ich seit Ewigkeiten, aber… Ja, reicht ja auch für die meisten Sachen. Genau, ja. Also mit so einem Anhänger kann man ja schön flexibel dann agieren, ne? Ja, dann hast du nicht immer das ganze Rad dabei, ne? Aber so… Genau, ja. Nee, erzähl mal, was kann man damit mitmachen jetzt oder welche Arten von Lastenrädern gibt es denn da so? Also es gibt… Also so grob unterteilt man zwischen einspurig und zweispurig. Einspurig ist wie ein normales Fahrrad. Du hast im Prinzip ja nur eine Spur, wo du fährst. Ein Rad vorne, ein Rad hinten. Und zweispurig, genau. Und zweispurig hast du eben vorne ein Rad und hinten zwei Räder. Okay, okay, stimmt. Oder vorne zwei Räder und hinten ein Rad gibt es auch. Oha, okay. Das sind dann eigentlich so neuere Modelle oder so Rikscha's oder so. Die haben ja so eine Rikscha auch zweispurig, vorne ein Rad, hinten zwei. Dann macht das Ganze natürlich so als Alltagsrad ein bisschen… Naja, es nimmt halt sehr viel mehr Platz ein, ne? Also wenn du da mit in den Fahrradkeller gehst, der für andere anderen auch da ist, dann ist das Ding… Ja, hart. Also da brauchst du dann schon viel Platz, wenn du so ein zweispuriges unterbringen willst. Das ist ja sowieso ein großes Problem. Das Platzproblem, wo stelle ich mein Lastenrad hin, weil die sind ja sehr beliebt und auch bei Dieben sehr beliebt. Und die meisten Leute wollen, gerade wenn sie ein neues Rad haben, das nicht irgendwo vor die Haustür stellen oder irgendwo in die Stadt stehen lassen, über Nacht oder so. Und ja, die zweispurigen vorne, das sind eben, wie du die gesehen hast auf Backfeeds oder Babus, wo vorne dann so eine größere Kiste drauf ist. Ja, da muss man ein bisschen drauf eingestellt sein. Ich glaube, so schwer sind die wahrscheinlich auch noch, unhandlich so ein bisschen. Aber das Ganze wiegt ja nicht die Vorteile auf. Also das hat ja sicher gute Gründe, weshalb die so beliebt sind. Ja, klar. Du kannst eben, also zum Beispiel in der Großstadt oder wir hatten heute Morgen, habe ich ja mit meiner Tochter ein Brennstorming gehabt zum Thema Lastenrad. Sie ist ja da Fachfrau aus Leipzig. Und das ist eben so, die fahren natürlich dann lieber mit dem Lastenfahrrad ihre Kinder zum Kindergarten als mit dem Auto, weil du einfach viel schneller durchkommst. Mittlerweile haben die ja alle Motor, musst dich also auch nicht mehr so tierisch abstrampeln. Und dann fährst du quer durch die Stadt und bist ja echt zügig dann unterwegs. Muss keinen Parkplatz suchen, nicht noch irgendwie Parkgebühren bezahlen oder so. Ja, aber billig sind die Dinger auch nicht, oder? Ich meine, so ein normales E-Bike, da sagt man ja auch schon E-Bike, Pedelec oder da komme ich jedes Mal durcheinander. Ich sage jetzt einfach E-Bike. Da bist ja drei Scheine mindestens mal los, oder? Ja, das ist ja noch günstiger. Also, okay. Also für drei Scheine kriegst du eigentlich nur einen Akku. Ohne Akku. Als ohne Motor. Oh wei. Also mit Motor dann mittlerweile 5.000 Euro, 5.000, 6.000 Euro, dann bist du mit dabei. Aber es gab ja zumindest hier in Oldenburg und in vielen anderen Städten oder vom Land finanzierte Lastenradförderung. Stimmt, ja. Und das gab hier einen richtigen Boom. Also ich hatte ja mein Lastenrad ohne Motor vor zehn Jahren gekauft. Und da wurde ich ja noch einmal darauf angesprochen, was ist das denn für ein Fahrrad? Ja, eben, genau. Und wo kann man das denn kaufen? Kannte hier in Oldenburg noch keiner. Und dann ging das aber richtig nach oben. Und im Jahr 2021, 2022 gab es hier eine Förderung für Lastenfahrräder von der Stadt Oldenburg. Und dann hat das auch schlagartig zugenommen. Ich hatte jetzt irgendwie noch eine Statistik gelesen von, ich muss mal eben nachschauen. Lastenräder sind von 15.000 und deutschlandweit von 15.000 auf 120.000 gestiegen in dem Jahr 2016 bis 2021. Also in fünf Jahren. Das sind 40 bis 80 Prozent Zuwachs pro Jahr. War die Förderung der Grund oder war das einfach nur, wenn man es einen sieht, dann denkt man, ach, klasse, oder probiere ich mal aus. Und dann ist das so eine Art Selbstläufer, wenn einer mal damit anfängt. Und dann haben man viele ja große Augen, wie bei dir vor zehn Jahren. Also die Förderung hat wirklich nochmal einen richtigen Schub gegeben. War die denn richtig hoch? Hast du da so eine Ahnung? Das war das 500 Euro oder so. Okay, war zehn Prozent. Also zehn Prozent, ne? So, ja. Das gibt es jetzt nicht mehr? Nee, haben sie jetzt 2022 oder 2023 eingestellt. Also insgesamt standen zum Beispiel 2021 200.000 Euro zur Verfügung. Und 2022 gab es 100.000 Euro insgesamt für 114 beziehungsweise 240 Anträge. Und die wurden dann auch bewilligt. Die waren auch ziemlich schnell weg. Ich meine, die Fahrradhändler sagen dann ja auch, für die ist das ja das goldene Geschäft. So ein normales Rädchen verkaufen die ja gar nicht mehr als E-Bikes oder halt diese Spezialdinger. Oder sind die auch von der Stange oder kann man die auch noch irgendwie konfigurieren? Wie jetzt so ein Auto oder sowas? Ja, gibt es. Also klar kann man konfigurieren. Also erstmal, welche Kiste du vorne drauf haben willst teilweise. Willst du eine Kettenschaltung oder eine Nabenschaltung? Jetzt natürlich mit Motor kannst du noch viel mehr konfigurieren. Da hast du ja einen Schnickschnack dabei. Motorleistung, elektrische Schaltung, Diebstahlsicherung, GPS-Tracking. Der Wahnsinn, das stimmt, was man alles machen kann. Das gibt alles. Ja, ja. Ich glaube, da gibt es auch einen Markt für. Aber du hast noch nichts mit E, oder? Bist du noch mit deinem alten Rädchen drin? Nee, ich nicht. Meine Frau hat schon E und die fährt eigentlich fast jeden Tag mit dem Fahrrad, weil es so bequem ist mit Antrieb. Ja, klar. Und ich überlege jetzt eins mit E zu kaufen im 2024. Okay. Weil ich habe ja, also ich fahre ja 25 Kilometer am Tag Arbeitsweg hin und zurück. Und manchmal muss ich auch was transportieren auf dem Weg und dann ist das schon angenehmer mit E-Antrieb. Manche Firmen sind doch da spendabel, oder? Ja, die Firmen, ja, also gibt es bestimmt, die dann das bezuschussen als Firma. Aber die meisten nutzen ja sowas wie so ein Fahrradleasingjobrad.de oder meindienstrad.de. Und dann kannst du jedes mögliche Fahrrad, also vom normalen Alltagsfahrrad ohne Motor bis zum elektrifizierten Lastenrad kannst du alles leasen. Du kannst dich da aus, erzähl mal so ein bisschen, weil das ist jetzt vollkommenes Neuland für mich. Ja, ich beschäftige mich da gerade so ein bisschen grob mit. Aber du kannst dir, es gibt so Lastenradleasing, die Anbieter, die stellen ja natürlich auch so einen Leasingrechner zur Verfügung online. Du kannst ja mal über jobrad.de gucken. Da gibst du dann ein Bruttogehalt ein und dann deine Steuerklasse und dann kannst du ja ausrechnen lassen, wie viel du gegenüber dem Direktkauf sparen würdest. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 6.500 Euro für ein Lastenrad ansetze und habe ein Gehalt von dreieinhalb brutto oder so, dann kommst du ca. auf 500 bis 600 Euro Ersparnis. Okay. Ist das so ein Äquivalent zu diesem Dienstwagengedöns? Oder ist das? Ja, genau. Das ist ja so eine Gehaltsumrechnung. Das heißt, du hast es ja von deinem Brutto abgezogen und dann musst du es nicht mehr versteuern. Ach. Das klingt doch ganz interessant, oder? Aber dann musst du dann über zwei Jahre oder was weiß ich. Über drei Jahre geht das dann. Okay, okay. Und dann kannst du das nur ablösen, wenn dann noch eine Restsumme ist oder du gibst das wieder zurück. Ja, das streit ja auch so ein bisschen danach, weil so ein Akku, der hält ja auch, oder sagen wir mal, die Akkutechnologie wird ja auch immer besser und dann irgendwann ist es vielleicht durchgenudelt, dass man damit vielleicht abfedern kann. Oder sehe ich das falsch? Also ich bin da, das ist ein dünnes Eis, da musst du mir helfen. Ja, du kannst da zum Beispiel, nennen wir mal, du hast drei kleine Kinder und die willst du mit dem Lastenrad zum Kinderrad bringen morgens oder zur Krippe. Dann liest du dir so ein relativ dickes Teil, wo die auch alle reinpassen. Da gibt es ja nicht so viele. Also okay, wenn die noch so zwei bis drei sind, passt das alles ganz gut. Und dann nach drei Jahren kommen die zur Schule, dann passen die nicht mehr da rein oder fanden dann schon selbst. Also dann gibst du deinen alten, dicken SUV-Lastenrad, gibst du dann zurück und holst dir dann ein kleineres, was leichter ist und wo vorne eigentlich nur noch Einkauf oder ein Kleinkind reinpacken kannst. Oder den Hund. Ja, so ein Konzept kannst du ihm fahren, ne? Und den Hund, ja genau. Hundetransport, Hundetransport ist auch sehr angesagt mit den Dingen. Ja, das stimmt. Ja, da waren die sonst hinten mit so einer Stange Anhänger dran, so kenne ich das von früher. Hundanhänger, genau, ja. Und die siehst du vorne dann in der Kiste, ne? Ja, aber das ist echt so ein, da hätte ich nicht gedacht, dass das schon so weit, aber klar, ich glaube, der Vf, wie heißt das, Freiburg, FC Freiburg oder sowas macht da Werbung, ne? Für Jobrad oder sowas, ne? Das fand ich irgendwie so lustig. Ich habe da irgendwie so einen Werbespot gesehen, wie die alle mit dem Fahrrad ankommen und der Zeugwart, musst du die Räder alle wegbringen, ne? Wie so früher beim Hotel, wenn du vorfährst, wenn du den Schlüssel dann gegenwürfst, ne? Aber finde ich jetzt, finde ich interessant. Aber das dann, du legst, aber wo kann man sich denn da informieren, was denn das richtige Rad für misst? Du hast ja gerade selber gesagt, drei Jahre oder so ungefähr läuft das dann meistens. Ich weiß nicht, ob die Leute so weit schon denken. Beim Auto ist es ja irgendwie ganz einfach, ne? Sagt, boah, ich brauche ein Kombi, oben eine Trägerstange für Gepäckträger und, keine Ahnung, der soll acht Liter verbrauchen oder sowas, ne? Da sind ja so ein paar grobe Entscheidungen und natürlich neben dem Preis. Wie geht man denn da bei so einem Kauf von so einem E-Bike oder Lastenrad, wie geht man da, gibt es da so eine Art Checkliste, damit man, weil für mich ist das vollkommen neu. Du hast mir gerade so viele Optionen da aufgemacht, da denke ich, was man da beachten muss, so eine Checkliste von Gewicht und einspurig, mehrspurig oder was du da gesagt hast. Wie geht man da so durch? Gibt es da so Modelle oder so ein Guide? Also wenn du Glück hast, hast du natürlich einen starken Händler vor Ort, der Lastenräder führt, wo du Probe fahren kannst und so. Ja, auf jeden Fall. Also das Maus oder die Leiste kannst du jetzt vielleicht mal ein Teil ausleihen oder so. Also in Leipzig gibt es so einen Riesenladen, Rad 3 zum Beispiel, da kann man sich alles mögliche ausleihen oder Test fahren. In Oldenburg hier gibt es auch relativ gutes Angebot an verschiedenen Lastenrädern oder vielleicht gibt es in der Stadt ja auch so ein Lastenradverleih. Okay, stimmt, ja. Gibt es in den meisten größeren Städten, wo du dann gegen Gebühren Lastenrad leihen kannst, aber da gibt es eben dann nur meistens einen bestimmten Typen und nicht verschiedene, die du Probe fahren kannst. Ansonsten, ich habe auch mal so eine Checkliste zusammengestellt. Du musst natürlich mal deinen Bedarf ermitteln. Also klar, wenn du Kinder hast oder so, musst du darauf achten, dass du vorne eine Kiste hast, die Sitze für Kinder anbietet. Ach so, ich dachte, die mal einfach einwerfen. So haben wir es ja auch gemacht. Ich habe vorne so eine Mörtelkiste drauf gehabt und da kamen die Kinder rein. Aber natürlich gibt es ja eine Gesetzgebung für den Transport von Kindern und die musst du nur anschnallen. Ach so. Und Helm wahrscheinlich. Du brauchst eine Kiste mit richtigen Sitzen, wo du die anschnallen kannst. Okay, gut. Also deswegen gibt es schon auch verschiedene oder werden von den Herstellern verschiedene Aufbauten angeboten. Also Kindertransport-Sitze oder wenn du das nur für Einkauf brauchst, dann hast du dann eine schlankere Kiste. Also was muss transportiert werden? Vier Kinder. Wenn du vier Kinder zu transportieren hast, wird es schon echt knapp. Dann ist das so ein Riesengeschoss, meistens vorne drei Kinder. Du kannst notfalls noch eins auf den Gepäckträger packen oder so, in den normalen Kindersitz. Also es ist natürlich angenehmer, wenn du nicht so ein riesen langes Teil hast, sondern sagen wir mal, ein Lastenrad mit zwei Meter Länge ist schon relativ kurz und wendig. Aber wenn du so ein Ding hast mit über zwei Meter fünfzig Länge und bisher war so eine kleine Person oder zierlich, dann hast du zumindest ein Problem, wenn du das Ding mal schieben musst. Das stimmt. Die ganzen elektrischen Rieder haben natürlich so eine Schiebehilfe. Das ist natürlich schon mal ganz gut. Achso, dass es schon mal losgeht, wenn du so viel Gewicht hast. Du musst ja dann erstmal den Anfang schaffen. Ja, genau. Du musst immer schön senkrecht halten, damit es nicht zu einer Seite kippt. So wie ein Motorradschieben im Prinzip. Das stimmt, ja. Wenn du so eine schwere Maschine hast und die kippelt dann auf einmal so ein bisschen zur Seite, hast du ein Problem. Ja, also Anwendungsfall, also mit der Menge an Kindern entscheidest du dich dann schon oft für einspurig oder zweispurig. Die meisten, also Sicherheitsfaktor hast du natürlich bei dem zweispurigen, weil das drei Rede hat. Das steht von alleine. Genau. Du brauchst es nicht irgendwie großartig auf den Ständer stellen. Dann hast du eine Kiste, wo du das immer stehen lassen kannst und die Kinder können da drin rumtoben und da passiert nichts. Mit dem zweispurigen bist du allerdings ein bisschen meist schneller unterwegs, weil du auch leichter ausweichen kannst, als mit dem dreispurigen Gefährt. Okay. Das ist ein bisschen kippeliger. Das stimmt. Ich habe einmal so eine Testfahrt gemacht mit so einem E-Dings und das hatte vorne so ein Rad, also ganz weit vorne und ich habe dann irgendwie so beim Lenken dachte ich, heiliger Bim-Bam, ist das wackelig. Also das Ding fuhr los und dann ich an der Kurve da irgendwie, dann hat das Rädchen da vorne, also ich hatte nicht so, wenn wir einen Sprung vom normalen Rad, wo man Lenker vorne ist quasi die Achse und da bist du gleich, kannst du drehen und da war das Rädchen viel weiter vorne und auch die Lenkbewegung war da ganz vorne. Also das war so ein bisschen ungewohnt für mich. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein typisches Lasten-E-Bike war, aber ich war irgendwie, ich dachte, hey, ja, 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 wenn jetzt eine Kurve kommt oder so, dann muss ich erst mal gucken, wie das funktioniert. Also ich musste mich eigentlich so ein bisschen eingewöhnen, also mit der Geschwindigkeit und dem Anzug, das war alles toll. Gerade Strecke auch, aber dann bei der ersten Kurve dachte ich, ups, ja, jetzt wie so beim Laster irgendwie, dass man da so weit weg war. Ja, genau. Du hast ja so eine, du hast eben die Lenke genommen, den Lenker genommen, wo ein Fahrradlenker eben ist und dann über eine Lenkumlenkung, über eine Lenkstange, die bis vorne geht zum Vorderrad, lenkst du dann und das ist natürlich am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber da, ich sag mal, wenn du zehn Minuten damit fährst. Ja, weiß ich, ich wollte nur sagen, dass man, ups, das ist jetzt nicht eins zu eins das Gleiche, sondern da muss man einmal kurz drauf gucken, dass das vernünftig funktioniert. Gewöhnt man sich, gewöhnt man sich schnell dran, ja. Genau. Ja, und das, ach so genau, Kindertransport und schwere Lasten, dadurch hat sich eben jetzt der Motor durchgesetzt bei den Lastenrädern, also ich sehe eigentlich mehr Lastenräder mit Motor als ohne und das ersetzt ihr, dann kann ihr dann wirklich ein Auto ersetzen. Ja, ja. Obwohl es ist, ich habe den Eindruck, es ist auch so, also bei uns war es zumindest so, dass wir unser Auto abgeschafft haben und dann dafür ein Lastenrad gekauft haben. Aber die meisten kaufen sich ein Lastenrad und behalten trotzdem ein Auto. Das sollte so nicht sein, ne? Ich glaube, das war nicht der Sinn der Förderung, oder? Aber, ja, du könntest den Leuten ja nicht verbieten. Ist dann die Frage, wie lange das Auto dann, wie lange das Auto dann unbenutzt bleibt. Vielleicht kommen Sie dann doch auf die Gedanken, wir können Geld sparen, indem wir das Auto abschaffen. Genau. Oder zumindest den Zweitwagen ersetzen, glaube ich, ne? Ja, das stimmt, ja. Ne, wir machen mal weiter mit deiner Checkliste oder den Sachen, die man beachten muss. Ja, die Frage ist ja auch, was kann man denn überhaupt handeln, ne? Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Also wenn ich so ein Riesenteil habe, was ich selber gar nicht mehr tragen kann und das kann ich auch nicht in den Fahrradkeller schieben. Ja. Dafür brauche ich dann irgendwie einen ebenerdigen Unterstellplatz. Genau. Garage oder was auch. Also, Garage, ne? Genau. Wie viel wiegen die denn so, wenn, was meinst du? Also, meins ist relativ leicht und wiegt 24 Kilo. Okay. Ohne Kiste, ne? Ja, klar. Das ist dann echt schon leicht. Aber es braucht keinen Motor dabei, ne? Bei deinem jetzt, ne? Genau. Also, wenn du einen Motor hast und den Akku dazu, könntest du locker nochmal zwölf Kilo draufrechnen. Ja, da täpst du mal nicht eben, ne? Um so ein Gestänge drum, ne? Also, das ist halt schon bei einem normalen Fahrrad mit Motor so, dass du das schon, also, klar kannst. Ja. Also, ältere Leute können das eben nicht mehr tragen oder so. Ja. Da hast du dann eben schon ein Problem, das aus dem Keller zu schieben, oder? Oder du nutzt eben die Anfahrhilfe dafür, ne? Ja. 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 Und Motor, wo waren wir? Motor. Ähm. Genau, die meisten entscheiden sich für den Motor. Weil sie, und, ähm, also ohne Motor eigentlich nur, wenn du das so hobbymäßig oder spaßmäßig betreibst, ne? Weil sobald du ständig was transportierst oder so, dann wirst du den Motor nehmen. Ja. Selbst die Post hier fährt jetzt auch schon mit E-Bikes. Die haben so einen kleinen gelben Kasten da hinten drauf. Fand ich cool. Habe ich zum ersten Mal so gesehen. Ich denke, hups, kann ich mal, der große, so kleine Pakete, ne, und sowas, ne? Also, kleine Pakete werden damit jetzt hier durch die Gegend gefahren. Fand ich irgendwie cool. Genau, die Post, also DHL, die haben so Dinger, UPS haben wir hier in Oldenburg auch. Die fahren so ein dreigegiges Teil, aber die brettern damit auch über den Gehweg, ne? Also, da haben die gar keine Probleme, ne? Wie schnell dürfen die sein? 25 oder 20 Euro, wo es gibt, gibt es da so eine Drosselung oder wie das heißt? Also, gibt es ja bestimmt so eine Sicherheits... Ja, also, du hast ja mit dem normalen Pedelec-Geschwindigkeit, sind ja 24, 25 kmh, darfst du ja auf dem normalen Radweg fahren. Und diese richtigen E-Bikes, die 40 kmh fahren, die müssen eigentlich die Fahrbahn benutzen. Hast du dann schon ein Nummernschild? Ne, ne? Die brauchen dann ein Nummernschild, genau. Ach so, okay. Also, ab 25 Nummernschild oder wie auch immer. Genau, für die E-Bikes, die richtigen, mit stärkerem Motor. Okay, gut. Ja, und wie das jetzt bei den Transportfahrzeugen ist, also es gibt, glaube ich, so eine Regelung, das heißt, wenn die Spurbreite größer als ein Meter ist, darfst du, glaube ich, nicht mehr auf dem Fahrradweg fahren. Okay, okay, ja. Also, die meisten Fahrradanhänger sind ja auch deswegen nicht breiter als ein Meter. Ja, dann wird es auch unhandlich und unübersichtlich, ne? Also, ich sag mal so, zwei Kisten Bier oder sowas, ne? Und noch ein Blach dazwischen, ne? Dann haben wir doch die Größe, ne? Also, das ist ja schon ein Problem der Fahrradwege-Infrastruktur hier bei uns, dass zwei solche Räder sich gar nicht begegnen können. auf einem Fahrradweg, der für beide Richtungen gilt, weil die passen gar nicht aneinander vorbei, ne? Ja, also das Thema Infrastruktur ist noch, genau, das brauchen wir jetzt gar nicht ansprechen. Haben wir doch mit der Walli gesprochen, ne? Genau, das haben wir mit der Walli besprochen, Podcast-Folge-Verlinke. Ja, mache ich. Ne, aber dieses Ding Post und UPS, da gibt es natürlich auch Dienstlastenräder für alle möglichen Gewerke mittlerweile. Also, hier zum Beispiel Straßenreinigung oder Gartenpflege. Wenn die ein kleines Gerät haben, dann haben die mittlerweile schon ein ordentlich großes Lastenfahrrad, das so an Lieferwagen erinnert, also wo echt viel reinpasst. Oder hier unser lokaler Bioladen, hier um die Ecke, der fährt auch schon längere Zeit mit dem Lastenfahrrad seine Biokisten aus. Und da hat hinten noch einen Anhänger dran, der auch elektrifiziert ist, der nochmal von hinten schiebt. Also, da passt schon richtig viel drauf, das glaubt man gar nicht. Die fahren hier immer durchs Viertel und liefern ihre Zeugs aus. Oder ganz neu haben wir hier so einen Einkaufsdienst, der für dich so Lebensmitteleinkäufe macht. Der fährt auch mit so einem Ding durch die Gegend, aber voll gekapselt. Also, du sitzt da nicht als Fahrer, nicht im Regen. Ach so, ja. Sondern es ist wie so ein kleiner Lieferwagen, ne? Und die stellen sich dann auch, haben auch keine Parkprobleme, ne? Die stellen sich einfach im Bürgersteig und fertig, ne? Genau, ja, ja, genau. Nicht die dritte Reihe, wie bei den Paketautos. Oder mein Kumpel Erwin hier, der hat ja so vor ein paar Jahren mal angefangen, mit einer Rikscha hier so Fahrten für Hochzeiten anzubieten oder für alle möglichen Gelegenheiten, ne? Ja. Der hat fährt seine Rikscha gegenüber bei uns in der Garage. Und das ist einfach super. Kannst du auch Stadtrundfahrten mieten oder so, alles mögliche. Wie ist das denn jetzt mit dem Akku oder sowas? Da fragen immer die meisten Leute nach, ne? Was macht man da oder wie weit kommt man damit? Wie kann ich das Ding aufladen? Gibt es da mittlerweile so eine einheitliche Regelung oder so, dass man das ein bisschen beurteilen kann? Viele kommen ja so vom Auto und sagen, ja, ja, 10 Liter pro Jahr, das weiß ich. Und Sprit kostet so und so viel. Also, diesen Wert hat man also im Kopf. Jetzt kommt man hier mit Mega, mit Ampere und Tralala irgendwas um die Ecke. Und ja, was heißt denn das? Viele haben ja eine Angst, oh, da stehe ich dann in der Pampa und komme nicht mehr zurück. Ja, okay. Ich habe heute Morgen nochmal eine Frau gefragt und die fährt ja jeden Tag mit ihrem Fahrrad. Und wie ist denn jetzt deine Akkuleistung, habe ich gefragt. Ja, am Anfang waren es noch 150 Kilometer und jetzt nach, wie lange hat die das Ding jetzt? Zwei Jahre? Sind es 140 Kilometer. Also stabil, ne? Die Reichweite und das fand ich schon ganz ordentlich eigentlich. Aber sie fährt oft, also ohne, 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 also ohne, dass die Kiste voll ist oder so. Also leer fährt sie das. Und das finde ich eigentlich schon ganz gut. Und ich habe ja so eine Steckdose, die so eine Aufzeichnung machen. Ach so, cool. Also den Stromverbrauchaufzeichnung. So eine Statistik. Und da habe ich letztens mal geguckt, also da habe ich so eine Steckdose nur für den Akkulader. Die braucht pro Monat ungefähr 1 bis 1,5 kW für die Ladung. Das sind da 50 Cent oder wie viel sind das? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Noch nicht mal ein Euro, ne? Wie ist denn jetzt der aktuelle? Ja, noch nicht mal so ein Euro. Also das geht eigentlich ganz gut durch. Aber das wäre cool. Also das ist jetzt eher so, wie lange der Akku jetzt letztendlich halten wird, hängt auch von deinem Ladeverhalten ab. Aber billig sind die natürlich nicht. 800 Euro kostet er bestimmt, so ein Akku. Und wenn der gebraucht, ich weiß nicht, ob der ihn gebraucht gibt. Es gibt auf jeden Fall so Leute, die klauen die Akkus und bieten die dann an. Ach so. Ja. Kannst du bei Ebay dann kaufen und merkst es nicht. Und dann kriegst du auf einmal einen Wisch von der Polizei, dass du einen geklauten Akku hast. Ach so. Sind die auch irgendwie? Ich habe letztens Freunde erzählt, denen ist das passiert irgendwie. Okay. Ja. Also dann nicht das Rad, sondern wenn man unvorsichtigerweise den Akku nicht abschließt? Oder gibt es da auch schon so Panzerknacker, die das Ding da einfach abknacken können oder sowas? Wahrscheinlich. Also moderne Akkus haben ja ein Schloss. Ja. Aber Fahrräder haben auch Schlösser. Und das Schloss ist relativ einfach. Ja, genau. Also die kannst du relativ, denke mal, relativ einfach knacken. Okay. Oh Mann. Ja. Ja. Also da muss man nochmal richtig investieren. Wenn du jetzt einen zweiten Akku kaufen musst, ich glaube, das lohnt sich allemal. Das ist alles über die Zeit gesehen günstig. Und der lädt dann über Nacht auf oder wie ist das? Oder wie läuft das dann? Ja, zwei Stunden braucht der zwei Stunden, drei Stunden oder so. Ach so. Ja, das geht alles. Also genau. Und Akkupflege ist ja wie bei anderen akkubetriebenen Geräten, dass du nicht immer gleich hier, wenn du 20 Kilometer gefahren bist, den wieder dranhängst oder so. Du kannst ja auch über moderne Steckdosen das so schalten, dass der nicht bis auf volle 100 Prozent lädt, sondern auf 90 Prozent und damit schonst du dann auch den Akku. Genau. So zwischen 20 und 80 oder was weiß ich, dazwischen pendeln oder sowas. Dann irgendwann weißt du, das Ding ist anderthalb Stunden und dann aus. Genau. Ja. Aber es gibt eben auch die dicken Lastenräder, die viel mehr Strom verbrauchen natürlich. Wenn du mal so, ich schicke dir mal so ein paar Links, die du dann im Blog verlinken kannst. Da gibt es also Geräte, die erinnern wirklich an SUV. Okay. Wenn du die siehst, die haben vorne so eine Niveauausgleichung, also vorne so zwei Räder und dann Niveauausgleichung, damit du nicht umkippen kannst. Und also Wahnsinns-Teile, wo du zwei Kinder reinpackst und dann noch dein Gemüse da vorne in die Kiste rein, eine extra Kiste. Gibt es dann auch schon selbstfahrende Räder, wie bei Autos? GPS-gesteuert. Nee. Einfach die Kinder reinwerfen, Kindergarten programmieren und fertig. Das kommt bestimmt auch noch. Aber da müssen die Kinder aber noch treten. Ach so. Sonst wäre es ja kein Fahrrad mehr. Das wäre ja ein Auto. Ja, 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 irgendein Schaken haben sie hatte. Doch, na verdammt. Ja. Ja, aber mein Fahrrad, was ich mir gerne wünsche für dieses Jahr eigentlich, ist so ein kleiner Hersteller aus, was heißt klein? Ich habe heute Morgen nochmal geguckt, da arbeiten irgendwie 50, knapp 50 Leute. Oh, ja, schon. Da habe ich gedacht, oha, das ist nicht mehr klein. Und die kommen aus Köln, heißen Muli Cycles. Muli. Oh, das ist ein schöner Name. Und die produzieren in der Innenstadt irgendwo von Köln. Ja, guck. Zumindest die Rahmen und die Körbe, die da vorne drauf sind, weil die Zubehörteile sind ja meistens irgendwie japanisch oder Shimano oder sowas. Obwohl die auch jetzt so eine Euro-Version anbieten. Das finde ich ja ganz toll. Eine Euro-Version, wo die versuchen, fast nur europäische Bauteile einzusetzen in Europa produzierte. Schaffen sie nicht zu 100 Prozent, aber ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Und die haben sich jetzt sogar einen Schweißroboter geleistet. Fand ich ganz interessant. Die gibt es gerade immer vier Jahre und das boomt bei denen wie anscheinend. Nee, ich glaube auch. Weil das ist ja so individuell. Da kannst du jetzt eine Riesenmastproduktion gar nicht machen. Gerade bei Lastenrädern oder sowas. Vielleicht gibt es da so eine Art Grundrahmen, also so zwei, drei Grundmodelle. Aber der ganze Schnickschnack, der dazu, das ist dann hinter mir die ganze Handarbeit. Wie sieht denn da so ein Arbeitsalltag von deiner Tochter aus? Die hat ja in Leipzig da dieses, wie hast du gesagt, Mechatronik für? Fahrradmechatronik. Fahrradmechatronik, so heißt das genau, ja. Ja, die war jetzt, ja, weiß ich nicht, wie der Alltag aussieht. Die war ja lange Zeit in der Werkstatt. Und ja, alles was so an Wartungsarbeiten, Reparaturen oder Aufbauaufbauten kommt. Also wenn Fahrräder, zum Beispiel gibt es ja eine bekannte Firma aus Dänemark, Bullets-Bike, die Lasträder, die wir jetzt auch haben zur Zeit. Die kommen ja nicht fertig aufgebaut, sondern die sind ja dann in Rahmteile zerlegt und Zubehörteile und die müssen dann zusammengebaut werden. Oder Kundenberatung und so, ja, was eine Fahrradmechanikerin so macht, also von Reparaturen über Wartungsarbeiten bis zum Verkauf auch jetzt, ja. Achso, ja. Hat es ja rechtzeitig aufgesandelt. Aber das ist ja total vielfältig, ne. Ich kenne ja noch hier mein Fahrradlädchen um die Ecke, ne, das war auch mal so ein ganz kleines Büdchen, ne, so, ne, roch so nach Schmieröl und, ne, all sowas. Und Reifen, ne, was dann immer dieser Gummigeruch, das typische von Fahrradläden. Aber mittlerweile, ne, hat er da drei, vier Leute da hinten sitzen, ne, die die ganze Zeit an den Dingern rumschrauben, ne. Also viele machen echt so Art Service und Wartungspläne wie bei den Autos. Und ich glaube bei der Investition, ne, wenn man da vier, vier, fünf, sechs und noch viel mehr tausend Euro ausgeben kann, ne, für gerade deine Spezialanfertigung. Und ja, da sind wir doch in der Kategorie, ne. Und dann soll das Ding auch gepflegt werden, ne, dass das, ja. Ja, gerade wenn du das Lastenfahrrad als Autosatz nimmst oder so und kaufst du so ein dickes Teil, das nimmt ja schon fast Kleinwagenformate an, dann haben die auch an den Fahrradlern den Anspruch wie an einer Autowerkstatt. Das heißt, du gibst dein Fahrrad da ab und willst ein Live-Fahrrad haben dafür. Ja, das geht so. So ein Live-Lastenfahrrad, da müssen sich viele Läden erstmal darauf einstellen, dass der Anspruch jetzt ganz anders wird. Ich meine, die Preise sind ja teilweise für Reparaturen schon so, wie, da denkst du ja, da kann ich auch in die Autowerkstatt gehen, ne. Ja, ist ja auch das gleiche Prinzip, also nur alles ein bisschen kleiner, ne. Die Lohnkosten sind ja ähnlich, ne. Ja, genau. Genau. Ne, was gibt es sonst noch? Also es wird schon immer aufwendiger. Was haben wir denn sonst noch hier? Ja, Unterbringung. Genau, ja. Unterbringung nochmal, also Fahrradkeller kannst du knicken. Du brauchst eigentlich schon irgendwie eine Garage. Die sind, also wie gesagt, die sind auch sehr, sehr beliebtes Klauobjekt und kaum einer lässt sein neues Fahrrad gerne da draußen auf der Straße stehen. Für Autos gab es ja immer so eine in der Bauordnung verankerte Regel, dass man für ein Auto einen Unterstellplatz dann braucht irgendwie oder einen Parkplatz. Und gibt es eben für Fahrräder nicht. Und selbst hier, weil in so einer Fahrradstadt wie Oldenburg denken die nicht daran, dass wenn ich ein Haus baue oder ein Mehrfamilienhaus, dass auch da Fahrräder untergestellt werden müssen. Dann bauen die da so einen kleinen Schuppen hin für ein Sechsfamilienhaus mit einer kleinen Tür drin. Und dann wuchtest du da irgendwie dein Fahrrad so um zwei Ecken da rein. Schon scheiße, ne? Wo hast du das jetzt stehen? Unser Haus ist hier von 68 und hat noch einen Keller und der hat auch einen großen Fahrradkeller. Ja, klar. Also damals hat man dann noch gedacht, das braucht man, aber dann ging das irgendwann nach den Sechzigern, wurden Städte nur noch für Autos gedacht oder ab den Fünfzigern schon. Und dann wurde das nach und nach gestrichen, da wollte keiner mehr Fahrrad fahren und alle wollten Auto fahren. Ja, und was habt ihr jetzt gemacht? Jeder hat seinen eigenen kleinen Schuppen da im Garten stehen oder wie läuft das da? Ne, wir haben ja den Fahrradkeller, wie gesagt, und es gibt hier noch zwei, so eine Art Gartenlauben mit Doppeltüren, wo man noch Fahrräder unterstellen kann. Und das ist auch ganz gut, aber ja. Und wir haben natürlich eine Garage. Also unsere Lastenfahrräder stehen in der Garage und unsere Alltagsfahrräder stehen hier im Fahrradkeller. Ja, dann ist man ja auch hier bei, weil du sagtest gerade Sicherheit, da muss man ja, keine Ahnung, da reicht ja nicht so ein kleines Schlösslein aus, so mit drei Zahlen, so wie früher, wo die Liebe sich kaputt lachen, nichts kaputt gucken können. Ne, dann, wie sichert man den ganzen Plär ab? Weil wenn du jetzt Kino fährst oder sowas, da hast du ja auch Angst, dass das Ding hinterher nicht mehr da steht, wo es mal standen. Ja, wir haben ja zum Glück hier vernünftige Fahrradabstellplätze, das sind so ein dicker Bügel, wo man dann auch vernünftiges Schloss rumlegen kann. Aber das hat ja auch gedauert, bis man mal dann wirklich angefangen hat, Fahrradabstellplätze für Lastenräder zu schaffen. Vor zehn Jahren hat man hier noch gesagt, braucht man nicht und jetzt mittlerweile sieht man ein, dass man Lastenrad mehr Platz braucht und das kann ich nicht zwischen so eng gestellten Fahrradbügeln quetschen. Dann kann ich immer nur, wenn ich Glück habe, den Äußersten nehmen. Stimmt, ja. Und jetzt haben die eben auch entsprechend für Lastenfahrräder teilweise Stellplätze, zumindest so im Innenstadtbereich oder so am Marktplatz oder so. Aber so richtige Fahrradparkhäuser wie in Amsterdam oder sowas, da warten wir noch drauf, oder? Boah, das Amsterdam oder Utrecht oder so, ne? Ja, genau. Ach, fast jeder Großbritann. Wahnsinn, ja, da kannst du so reinfahren. Ja, ist der Wahnsinn, ne? Ja, das ist schon cool. Aber ich glaube, umsonst sind die überhaupt nicht, ne? Da muss man ja schon, ne? Also wie beim Auto, so eine kleine Gebühr bezahlen, ne? Aber mein Gott, du weißt, es steht im Trockenen und gut ist, ne? Ja, wir haben hier ein Fahrradparkhaus am Bahnhof, aber das ist schon viel zu klein. Also das passt nicht mehr. Du sagtest irgendwann, dass du auch gerne in den Urlaub fährst. Ist das eine Option, da mit dem Lastenrad dann statt dem normalen Rad zu fahren? Oder ist das nicht machbar? Ja, haben wir schon mal gemacht. Also wir sind sogar da mit im Zug gefahren. Das ging aber nur hier lokal mit der Nordwestbahn. Die freuen sich, wenn so ein dickes Ding da reinkommt, ne? Ja, die haben relativ große Fahrradabteile. Allerdings kannst du dann nicht da mit Zustoßzeiten da rein. Wenn er im Kinderwagen kommt, dann hast du auch verloren, ne? Ja, wir sind da morgens rein, weiß ich nicht, das war bestimmt irgendwie 6 Uhr. Und dann nur bis leer nach Ostfriesland gefahren. Und da war der Zugbegleiter noch wirklich sehr hilfsbereit und hat uns noch da gezeigt, wie wir auf dem Bahnhof da das Ding auch wieder aus dem Bahnhof rauskriegen, hinten rum. Du kannst ja nicht da die Treppe mit runter und dann in den kleinen Aufzug rein, da passt ja nichts rein. Das ist der Wahnsinn, ne? Da hat uns dann noch so ein Umwichter gezeigt, aber das war ganz gut. Und dann sind wir so die Nordsekküste entlang gefahren bis Wilhelmshaven zurück, so 3, 4 Tage. Boah, das war ganz gut. Vorne einfach alles in die Kisten geschmissen, im Zelt rein und so. Ja, guck. Also, ist auch noch ein Wohnwagen im Prinzip, ne? Ja, genau. Ja, geschlafen haben wir da drin nicht. Nein, aber ich meine allein schon, dass das Ganze ein bisschen stabiler ist, ne? Ich sehe dich noch mit Fahrradtaschen vorne, hinten. Du hast ja mal so eine Choreografie bei deinem Fahrrad erklärt, als du da eine längere Reise gemacht hast, mit den vielen Fahrradpacktaschen und was es da alles so gibt. Ja, genau. Ja, da schmeißt du es einfach in die Kiste rein und fertig. Wasserdicht und fertig, ne? Genau, eine Plane drüber vielleicht noch, dann geht das. Es hat schon Spaß gemacht, ja. Sehr schön. Kann ich auch nochmal ein Bild zum Beispiel steuern von der Reise, ja. Gibt es sonst noch was, was man beachten muss? Was hat man ja noch? Ich habe hier irgendwas hier, Feststellbremse. Was ist denn das? Das wäre ein absolutes Muss. Ja, gibt es bestimmt bei den dreidrigen, bei den zweispurigen Fahrgändern teilweise eine Feststellbremse. Klar, wenn du jetzt irgendwo im Alpenvorland wohnst und fährst da Fahrrad und musst das einfach in der Schräge abstellen. Also, okay, das ist gerade. Da denke ich nur dran. Okay, ja. Also, bei uns ist ja alles flach. Da musst du schon einen Deich suchen. Klar, damit das nicht wegrollt, wenn du da Kinder drin hast. Das ist wie jeder Kinderwagen eine Feststellbremse hat. Das stimmt, ja. Ja, ich dachte nur, das war jetzt von mir, weil ich habe hier auch so ein bisschen geguckt und das andere war. Die Speichen wären eine Problemzone. Berechen bei höherer Belastung, wenn sie zu dünn und wenig stabil sind. Robuste Verarbeitung ist einer der wichtigsten Kaufkriterien. Ja, das stimmt natürlich, ja. Klar, wenn das Fahrrad schon irgendwie 35 Kilo wiegt und dann hast du noch eine Zuladung von 100 Kilo, kannst du nicht so 0815 Speichen, wie für ein Rennrad nehmen oder Trekkingrad oder so. Da muss schon ein bisschen dickere Speichen her. Das ist klar. Und was mir immer bei meinem Anhänger passiert ist, da ist der Reifen geplatzt in der Sonne. Also, ich habe so eine Sonne, so ein kleines Anhängerchen und schön aufgepumpt. Ich sage, ja, jetzt weiß ich, dass viel aufpumpen ist nicht gut. Und ich denke, was war denn das für ein scheiß Knall? Da ist der im Sommer da, da ist der mit einem Reifen geplatzt. Ja, wenn du dann 5 Bar drauf haust auf den Reifen und dann noch die Sonne drauf knallt. Dann kann das schon mal Peng machen. Ja, Wahnsinn, ne? Aber, ne, ich pumpe da nur zwei Dinge. Also, das muss ja, mein Gott, ich fahre da mal mit zum Müllplatz und hole mal eine Kiste Bier. Mehr mache ich ja damit gar nicht. Sonst steht das da schön in meinem Schuppen drin. Wir brauchen, da reichen wahrscheinlich drei Bar, dann ist das gut. Genau, oder noch weniger. Ja, was wir noch hatten, war ein Diebstahl, genau, GPS-Tracker hatten wir schon mal kurz erwähnt. Gibt es bei manchen schon serienmäßig oder so, also entweder wirklich GPS-Tracker oder du nimmst so einen Apple AirTag oder so. Genau, irgendwo dazwischen rein. Ist auch ganz beliebt. Gibt es auch schon irgendwie Klingeln, wo du das drin reinschieben kannst oder Flaschenhalter, wo du das mit einbauen kannst. Das sind die Diebe aber auch. Mittlerweile wahrscheinlich schon. Ist das dann auch noch versichert oder sowas? Kann man das auch, wie bei Autos versichern, das Ganze? Kann man sich ja auch noch, ne? Ja, klar. Also, normale Hausratversicherung deckt das meistens nicht mehr ab. Da musst du mal bei deinem Versicherer fragen, ob du das irgendwie aufstocken kannst. Aber wir haben eine spezielle Versicherung nochmal hier, einmal in der Versicherung oder so, glaube ich. Da kannst du dann mehrere Fahrräder dann versichern oder so. Das lohnt sich dann auf jeden Fall. Wenn du schon zwei Lastenräder hast für über 5000 Euro oder so. Ist ja auch kein Spaß, ne? Also, hier geht das noch mit dem Klauen, aber in Leipzig und Berlin und sowas natürlich viel, viel mehr. Verrückt. Da lohnt es jetzt auf jeden Fall. Also würde ich immer versichern. Sehr schön. Was haben wir noch? Man muss natürlich sagen, dass das gesund ist, regt den Kreislauf an. Das ist ein Training, ist das. Man ist flexibel. Auto stehen lassen. Was sagst du so? 20 Kilometer, 25 Kilometer ist eine gute Reichweite, die man sicher auch im Wettbewerb mit Autos wunderbar meistern kann. Man fährt los und fertig. Wenn man mal guckt, wenn man im Stadtverkehr, also wenn wirklich viel Verkehr ist, Berufsverkehr, dann siehst du ja immer die Fahrradfahrer, schwumm, sind sie vorbei und du stehst schon wieder in der nächsten Ampel. Also da habe ich immer gesagt, boah, jetzt mit dem Fahrrad unterwegs sein, das wäre schön. Also Geschwindigkeitsvorteil hast du in größeren Städten auf jeden Fall. Ja, wenn da noch eine grüne Phase ist, dann wäre es toll, weil viele zischen dann doch drüber. Ja, viele, ja, also manche Vorreiterstädte, die haben ja grüne Phasen für Radfahrer auch schon oder wir haben hier eine, ich glaube, das ist noch ein Testlauf. Es gibt eine Ampel, die misst den Regen, also ob es gerade regnet oder nicht. Und wenn es regnet, kriegen Fahrradfahrer schneller grün. Ach, das ist süß. Also in Kopenhagen gibt es solche Versuche ja noch viel mehr. Wahnsinn, die fortschrittlich manche Regionen sind. Da gibt es ja richtig auch so eine Art Highway, der da wirklich eine eigene Bahn nur für Fahrräder. Und das finde ich ja phänomenal. Das gibt es hier nicht so oft oder in Kopenhagen fand ich immer am besten eigentlich, da gibt es dann so eine LED-Anzeige im Bordstein und wenn der grün ist, ist deine Geschwindigkeit optimal, um bei der nächsten Ampel bei grün rüber zu kommen. Also kannst du deine Geschwindigkeit so anpassen, dass du flott durchkommst dann. Man möchte auch ein schönes Gefühl haben irgendwie. Dann denkst du und strampelst dich ab und dann die nächste Ampel auch noch erreichen, das ist doch nur Stress. Wenn du, sagen wir mal, so im Flow bist, sagst du, okay, jetzt 21 ist die optimale Geschwindigkeit. Wenn es wahrscheinlich dann noch abgestimmt ist mit dem, was da sonst noch an Verkehr los ist, dann, ja, also daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Das ständige Anfahren kostet ja die meiste Energie. Genau, ja. Das ist ja das. Willst du ja nicht bei jeder Ampel an Rot stehen, nervt mich morgens dann auch. Dann versuche ich das auch irgendwie so zu optimieren. Was ich sonst noch gefunden habe, wenn jetzt einer sagt hier, äh, Herstellung, E-Bikes, Akku ist ja, ne, Ökobilanz, ne, soll, ähm, nicht so dolle sein. Also hier steht, ne, die E-Bikes ist eine emissionsfreie Alternative zum Auto. Die Emissionen entstehen lediglich bei der Herstellung. Bereits nach 165 Kilometern, die man das Auto hat stehen lassen, sind die Emissionen ausgeglichen. Also das hast du doch in einer Woche, ne? Ja, klar. Ne, ist, ne, wenn man auch noch Ökostrom, du hast gesagt, Ladung, was weiß ich, ein Euro im Monat, hallo. Ne, also da, äh, geht das Herz doch auf, ne? Ja. Also wir haben hier Ökostrom und, äh, mein Arbeitgeber hat ganz toll bei uns in der Fahrradabstellanlage zwei Steckdosen installiert, wo wir unsere E-Bikes laden können. Und dafür fährt Solarzellen aufs Dach gesetzt, ne? Ja. Also finde ich super. Könnte auch ein Windrad nehmen, ne, vom Prinzip her, ne, oder? Ja, ist leider Autobahn nahe und deswegen darf da kein Windrad stehen. Echt? Egal, gut, anderes Thema. Ich dachte, der Drachen und sowas, ne, dass man da... Aber wir, ja, ja, genau, das würde passen, aber wir haben wirklich ganz, das ist ja ein alter Bauernhof und massig, alter Bauernhof und massig Fläche für Solaranlagen. Ach ja, ja, alles gut. Sehr schön. Sehr schön. Gut, 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 gut. Ich habe noch einen Test gefunden bei Stiftung Warentest, die E-Bikes mal so an sich getestet haben. Ich habe was gefunden beim ADAC, also was man da als Lastenrad an Ausrüstung alles kaufen kann. Und eine Webseite, die heißt Dad's Life. Die hat auch so einen Mobilitätstest mit Lastenrädern gemacht. Also da, ich habe gar nicht gewusst, dass das so ein Riesenmarkt ist, aber du hast ja gleich gesagt, ich bin da voll veraltet. Ich habe da drüber noch nicht nachgedacht. Aber ich habe mal zum Spaß mal so ein normales Rad, also so ein E-Bike mal getestet und wie gesagt vorhin, so ein Lastenrad. Da muss man sich kurz dran gewöhnen, aber wenn ich jetzt ein Auto bräuchte, dann würde ich eher dran denken, das zu kaufen. Also ganz ehrlich, man hat wirklich nicht viele Kilometer, wenn man ruhig nicht in der Pampa wohnt oder am Berg oder sonst wo, das wäre immer eine Alternative. Und wenn das dann auch noch klappt mit der Infrastruktur, dass man die Dinger gut abstellen kann, weil nichts wäre frustrierend, du kaufst gerade so ein Ding und schwuppdiwupp nach einer Woche ist es geklaut, das wäre echt großer Mist. Billig sind die nicht, also das ist kein Schnapper oder sowas. Aber andererseits Autos sind auch exorbitant teuer geworden. Du kriegst ja quasi kein Auto mehr unter 10.000 und dann hast du eigentlich nur eine Schrottmühle. Gebraucht es. Ja, 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 ich sage, das ist schon der Wahnsinn. Ja, gebraucht kriegst du die natürlich auch günstiger in den Lastenrad. Ja, klar. Aber wenn du jetzt Neupreise vergleichst, für 6.000 Euro kriegst du ja auch kein Auto. Nee. Und ein E-Auto kriegst du erstmal gar nicht unter 30.000. Nee, das ist ja Wahnsinn, ne? Ja. Ja, ist eben nur die Bereitschaft dann wirklich auch bei jedem Wind und Wetter zu fahren. Wenn du es dann nur zweimal im Jahr benutzt. Ja, zum Spaß, ne? Über drei Hügel und wieder zurück, ne? Aber ich glaube schon, dass das ein bisschen mehr Spaß macht. Ich habe ja mal vor Urzeiten, da war wirklich so ein Lustkauf, mir mal eine Vespa geholt. Und die habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr angeguckt. Also das ist, weiß auch nicht. Das könnte mir jetzt bei so einem E-Bike passieren oder sowas. Sagt, komm, hol dir mal so ein Ding. Aber ich bin weit davon entfernt, dass ich das bräuchte, ne? Du bist ja noch jung, du kannst ja noch ohne Motor fahren. Nee, weiß ich. Und Niederrhein ist ja auch flach. Nee, ich sage mal, wenn ich jetzt, sagen wir mal, zur Arbeit jeden Tag nach Krefeld fahren müsste, das sind 10 Kilometer oder sowas, dann würde ich jetzt nicht an ein Auto denken und auch nicht an den Bus. Dann würde ich das tatsächlich so machen. Nur so wie du, noch sportlicher, 25 Kilometer ohne Motor. Das ist dein Workout, fertig aus. Und das ist eigentlich der Grundansatz. Ja, mittlerweile vergeht ja kein Tag mehr hier, dass du keine Lastenrad siehst. Also das gehört so zum Steppel dazu. Also das finde ich super. Ja, ja. Nee, hier muss ich wirklich noch gucken. Also wenn du im Kindergarten mal vorbei, dann sehe ich die. Aber so viel habe ich das hier noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, Oldenburg ist auch anders. Münster wäre sicher auch noch so ein Muster. Freiburg und sowas, so die Städte, wo man das eher verortet. Aber mein Gott, der Anfang ist gemacht. Also finde ich, deshalb haben wir auch mal darüber gesprochen. Also A, einen kleinen Überblick zu geben. Worauf muss man achten? Was gibt es da? Was sind die Preise? Das Leasing finde ich total interessant. Das war vollkommen neu für mich. Nee, also schaut mal rein auf die Links und Bilder, die wir euch da zusammenstellen. Ja, genau. Haben wir doch schon. Stell dich zusammen. Genau. Was haben wir denn? Nächstes Mal. Ich gucke mal eben. Ah, das ist noch nicht ganz sicher. Der Ralle switcht gerade von einem Thema zum nächsten. Also nächstes Mal ist der Ralle dran, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, was das ist. Macht ja nichts. Überraschungsthema. Ja, mein Gott. Hat auf jeden Fall nichts mit Rädern zu tun und vielleicht mit Musik, aber vielleicht auch mit Kunst. Ja, ist doch schön. Egal. Entscheidet sich diese Woche. Also, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Alex, für deine fachkundigen Ratschläge. Wir können ja auch noch einen Link von deiner Tochter dazusetzen. Für Leute, die in Leipzig sich erkundigen wollen, da gibt es Hilfestellung aus erster Hand. Ja, genau. Alles klar. Jut. Dann bis zum nächsten Mal.